Das lasse ich hier so stehen. Es wird schon nicht wegrennen. Ein humorvoller Mensch, unser Walter. Ja, Herr Anwalt, sie heutiger Enkel vom B, der sich hier unberufen, in die Berufung kann er später gehen, wieder reindrängt. Sie auch, Anwalt? Echt? Ist das denn zu glauben? Ob ihre Ahnen das geahnt haben, obwohl sie gar keine Anwälte waren? Höchstens Anwärter auf irgendwas, das sie dann auch bekommen haben? Grüß Gott, das freut mich aber für sie. Nur herein? Sehr gut. Nicht nur ich richte, obwohl ich nicht einmal meine Hunde richtig abrichten konnte. Nein, in meiner Familie gab es Prozessrechner, die aus dem Gericht berichtet haben. Sie wussten da noch nicht, dass sie sich damit verrechnet hatten. Wer schreibt, der bleibt leider trotzdem nicht immer. Es hängt von anderen ab. Nicht wahr? Sie schreiben selbst, Herr Anwalt? Sie anwalten nicht mehr Ihres Amtes? Damals schrieb aber er, der liebe Walter. Er schrieb lustige Glossen über das Gericht. Nicht das Jüngste, das kannte er nicht. Die Feuer brannten ohne ihn. Er brannte ihnen rechtzeitig durch. Er schrieb also und schrieb über den anderen Anwalt, den Walter damit berühmt gemacht hatte. Ich habe keine Ahnung. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Jeder kannte und fürchtete den Seher. Doch der allerletzte Prozess wurde dann ihm gemacht. Mein Cousin Walter war sein Chroniker. Ich sagte es schon. Unser Walter musste von Schlachten singen. Er stand dem Schlachter persönlich gegenüber und wusste nicht, ahnte jedoch, dass es bald ein Schlachtfest geben würde. Ich will die Unbest separately hören zum Beispiel ever. Ich bin der Luc von Schlange öffnet. Also kannst du mit den Blumen neuen balanceieren?